hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde von wir spielen mit den selbstverdächtigen wie das letzte mal schon und wir haben slender also eigentlich ist das ja die typische haupt von ich sagte stop it slender das ist die haupt map vom lieben und vom lieben aus da ist noch eine schocker müssen wir müssen mal eine runde stop it slender spiel mit den leuten hier kann man genau so eine horror map wäre noch interessant das ist ja ich kann leider nicht drücken hast du deine hand drücke mal die hand ich weiß du hast deine ich kann welche taste war das licht es ist das fenster Kann sein, dass ihr wie überlebt wird. Verdammte Scheiße, nochmal. Was ist denn das hier? Ihr habt ja gefühlt, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Sehr gut mit mir, bei dieser Web. Hallo. Was wird das jetzt mit? Hallo. Wollen wir ein Spiel spielen? Ja. Na dann, komm her. Das geht. Guten Abend. Oh fuck, Thomas. Er ist soft. Come on. Oh my God. Das ganze Seriosität wieder weg. Ich bin ja schon wieder hier. Eins, zwei, drei. Das Länder kommt vorbei. Nein. Panther? Ja. Ich habe keinen Plan, wo du bist. Oder wo irgendwer überhaupt sonst ist. Ich bin ja gerne hin. Ich habe keinen Plan. Panther, weißt du das? Nein, weiß ich nicht Ich habe mich willkommen hier Wo ist denn jetzt hin, verdammte Axel? Ja, meine Vögel würden schreien auch schon rum Wo bleibt der Roach? Ach, Mist Jawoll Ich heiße mich Mach mal hier irgendwie, komm her, Peine Ich muss genau, irgendwann sollte das Ding brauchen Aber danke, jetzt weiß ich, dass wir auch Innos wieder bei dem kann Ja Na Ich war Ja Wenn du im Dunkeln das Licht eingeschalten hättest, hätte ich nicht auf dich geschossen Was, wenn? Wenn du Es war ja Fenster, ne? Und du hast dich ja versteckt gehabt Und du hast das Licht ausgeschalten Es waren überall Leichen Und du warst der Einzige, der das Licht ausgeschalten hatte Ja Ja, sie wär extra ausgeschalten Ich dachte, du siehst mich da nicht Da hast du gut getimed hier Ich glaube ich noch keinen Oh, er sagt Oh, meine Fresse Und jetzt schon, weißt du Nach zwei Sekunden Oh, was war das? Ich hab das Gefühl, ich bin gleich rip Wir müssen wirklich mal nach uns Stop It Slender spielen Ja Ich hab mich auf 75 runtergeschossen Ja, du hast mich auch geschossen vorher Ich hab dich nicht getroffen, ich hab auf dem Boot geschossen Hi, Peine Ich hab 5 HP abgezogen gekriegt Was dachtest du denn? Oh, es ist ein Pferd Ja, das bin ich Das ist auch Peine Ja, genau, mit'n Teufchen Mit'n Teufchen Mit'n Teufchen Ich rück die ganze Zeit nach Alter Eskalier Wer ballert da grad? Ja, der Ding Snickers hat schon wieder rumpballert Irgend so was No Hunter Snickers Trigger Happy Snickers Aha Ja, Trigger Happy Snickers Warum mir das sucht sind? Ich hab nur nur zwei Leute weggemacht Eben 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 Was passiert? Da stehen bei dir drunter Hallo Gibt'n Trigger halt richtig Ach, da vorn sind sie alle Ach so Hallo Hi Oh ne, ich will nicht mit denen zugang sein And his name is Hallo Hau 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 Auf mit mit ihren Granaten hier zu schmeißen Was wird das hier ein viel zu viel auf einem steck weißer dass Wie macht man eigentlich den Fenster? Irgendwo jetzt gibt es einen Stromkasten Da hat eine Plasma-Granate geschmissen. Lass aber nur einmal auslösen, den Stromausfall. Pro Runde, ja. Eigentlich ja. Eine Definition von einmal, halb ein. Oh, hallo. Trigger Happy Snickers. Ich kann dir gerne Headshot geben. Alles klar. Alles klar bei dir? Wer hat es gerade geschossen? Ja, Snickers hat auch gerade geschossen. Irgendjemand ist gerade gestorben, ne? Was, jemand ist gestorben? Ja. Du stellst so schöne Fragen, Fabi. Ich weiß, danke. Du weißt natürlich genau, wer gestorben ist. Natürlich, ich weiß immer. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Wenn du dich so sicher bist, dann knall ich doch ab. Ich bin doch direkt neben dir. Drück den Finger. Ja. Ja. Steht da ein Fahrrad? Ja, das kannst du nachher übernehmen. Das übernehme ich nachher, wenn ich drauf bin. Also los! Also knall ich mich schon ab! Ich bin da das Fahrrad. Ah, Traitor ist auch tot. Pat. Ah ja, klar. Die Frage ist, leben noch zwei außer uns? Oder nur noch einer? Wie gesagt. Oh, Pat lebt wieder. Eben. Deathfaker. Entweder Deathfaker oder Revived. Denke ehrlich gesagt Revived. Aber jetzt wissen wir, wen wir jagen müssen. Du bist schon wieder hin. Ich bin? Ich bin gar nicht dran. Hallo. Klar. Jetzt einfach mal davon aus, dass es dir trauen kann. Ich bin nur so lange mit dir rumgelaufen, dass ich mich ohne Probleme erschießen können. Das ist vollkommen richtig. Äh. Regal. Was sind die? Gibt's doch nicht. Was sind die? Gibt's doch nicht. Hallo. Pat. Ich warte, wir laufen einfach die ganze Zeit aneinander vorbei. Das ist ja das Gute. Müssen wir nur noch eine Minute und dreißig so weitermachen. Alles klar. Wir hoffen sie erst mit Radar. Wir müssen halt hoffen, dass ihr Radar immer so aktualisiert, dass wir da schon längst wieder weg sind. Wäre zumindest der Optimalfall. Weißt du das? Bitscht. Hm. Ey, ich werd wahnsinnig. Oh. 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 Da kommen sie! Da kommt er! Ist er tot? Nein, weiter Nein, ich muss sagen, er stand Er ist tot Ich bin low Ich auch Und gewonnen Ja, easy Das Problem war, ich hab das erste Mal hatte ich ja ein Radar, ne? Ja Wie es dann wiederbelebt wurde, hatte ich keins mehr Und ich hatte auch keine Coins, dass ich mir irgendwas kaufen konnte Ja, gut, das ist halt so, wenn du wiederbelebt hast Ja, ich vergesse auf das die ganze Zeit War es auf Kaufen oder was? Ja Ja, noch dazu, ich gehe rein, ich kill den Panther, weißt Ja, Snickers hast du gekillt, ich hab dich gekillt dann Weil ich gesehen hab, Snickers war ja bei mir und ist direkt gestorben Und dann sah ich nur dich da und dann hab ich da voll reingehalten Was? Ja, du, ich muss zwölf Ich weiß nicht, warum 691 Ja, das geht schon Oh gut, da sind noch gar keine Waffe Na jetzt Jetzt ist er schon gestorben? Nee Wann da? Nee, ich bin noch da Kaff dir mal nach, ne? Ich hab schon wieder planlos hiergegen Und das hat mir vorhin zum Siegel verholfen Ach, hallo Was, Snickers? Was hat der vor? Hm? Was ist der Plan, Snickers? Snickers Habt ihr schon jemanden tot? Ja, hier flog grad'n Boomerang Was sag ich hier, hier flog grad'n Ding Oder verfordert Danke für den Boomerang Was zur Hölle? Immer an mich genommen, ne? Ähm Ach, da liegt ne Leiche, das ist immer sehr gut Wer ist das? Und das Pit Lauf nicht vorne weg, Panther Das Snickers Du nicht Trigger-happy Snickers Wieso nicht? Ja, der Trigger-happy Snickers Oh Gott Oh Gott Soll er auf'n Haufen Oh Gott Oh Gott Ich geh Tschüss Ich will nicht mehr Tschüss Äh, Snickers haut schon wieder mit der Koba rum? Ich hätt'n Boomerang, wenn er wollt Natürlich hast'n Boomerang Ich mach auch'n Boomerang Ja, ich hab'n Boomerang Hier, guck, warte Warum hast du'n Boomerang? Weil ich den vorhin aufgehoben hab' Will'n jemanden? Will'n jemanden? Ich mag'n Boomerang Lass' mich Boomerang spielen Kann ich'n nicht mehr aufnehmen? Kann ich'n aufnehmen? Ja, ich kann'n aufnehmen Äh, leg'n nochmal hin Äh, Stee, heb'n nochmal auf, bitte Ja, ging ja vorhin grad'n nicht mehr Versuchen aufzuheben Was? Hauptsache, er tötet ihn damit Nice one, ja Es war Tat gewesen Und Okay Was bist du denn da näher gekommen? Ich wollt' ihn extra weggegangen Oh, Mann Was läufst du denn da hinten? Ja, weißt du, dass du nur putz dich jetzt Aber wenn John Cena anfängt, läufst du noch nicht weiter drauf zu Wie sollst du das zumindest ein Punkt da? Ja, wer die ganze Zeit random killt, ne? Oder er killt sozusagen Leute, die eigentlich Drecksau, nimm mir hier die Knarre weg Das geilste war für mich einfach Roach Roach steht da, will die Waffe aufheben Ich schau' ihn an Boom Drecksau Erstmal ein Klick, Mann Klick, klack, boom Das Schöne war, dass Roach auch nix gesagt hat Hätte er irgendwie gesagt Pat, 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 oder sonstiges Hätte ich nix gemacht Ja, auf das vergiss ich die ganze Zeit Ja, gut Ich bin ja Ich bin überhaupt nicht der Typ Eigentlich wollte ich schon viel früher diese Bombe einsetzen Aber da kann Pat in dem Moment halt vorhin auch schon mal Und dachte mir, ich kann jetzt nicht Pat in die Luft springen Nee, das wäre vielleicht nicht zu cool Was explodiert denn da schon wieder? Immer wenn man Leute in die Luft springen will, kommt Pat vorbei Gibt's doch nicht Unglaublich, ja immer diese Polizisten Hi Hi Roach Hi Snickers Hi Trigger Happy Hi Trigger Alter weißt du Verdammter kleiner Der auf mich geschossen? Ja Ja Wer? Wer Snickers ist das? Ja Ja Wer steht denn da? Na gut Oh mein Gott Ich seh nix Ich seh auch Roach Roach in dem Raum Nein Klar du warst in dem Raum mit dem Schalter Ja Ich wusste Ich kenn mich in Nüsse aus Ich spiel ein Noob Ja Ja Das ist Ja 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 Das ist Ja 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 was machst du sagts bitte farbe zum pion ja ich hab viele chancen ich habe gerade einen schuss gehört ich bin ja ich bin auch hier ich bin auch hier sie ist ich hab mir angeschaut ob panter jetzt irgendwas macht das wäre jetzt so richtig schön das wärs ja wenn er mich abknallt und in dem moment spannen hat das gefühl dass dieses fahrrad eintürten kann ich habe euch das gefühl dass nickers der zweite ist was ich bin ich bleibe auf abstand das ist das gewesen ich hab nur den panter gezeigt dass es die gegen euch war naja das gefühl ich glaube äh ne panter ich tendiere auf farby ja konfirmt der musste ja irgendwas machen der muss ja erstmal was machen hier der traitor ja wie groß denn die hitbox von dem feuer ja merkt schon warte ich glaube er ist es okay er ist es ist er ist er nicht fabi ist es nicht ich hatte keine punkte ich habe nicht so ein scheiß davon das ist der scheiß taube aber kein defi taube ist ja auch nice das lässt du dich auch gleich umbringen ich habe ich habe mich absichtlich habe jetzt mal nichts gesagt weil mir dachte ich bin gespannt was jetzt kommt ja hab ich mir auch so im ersten moment also sorry meine teamkollegen ich bin im shooter gamer ein shooter extrem also ein stiller schießer oh jetzt selbst shooter ja ich rede sehr selten außer es geht um etwas ranket zum beispiel ja ich bin immer nur inno das ist so nerven ich war panter das nervt ich war auch noch nie was anderes schießt hier nekos hätte wohl kein anderer menschen hey snickers gent ja captain trigger happy gibt die ne waffe halb hat ich will das fahrrad mitnehmen nehmen wir das fahrrad mit guck mal ich hab das fahrrad will wir ein fahrrad? gut preis immer die granaten wirft der sack oder kaufen gut preis gut preis gut quality luca bike gut quality wollen kaufen monsieur potter wollen kaufen wollen Probe fahren gut preis ich habe kurz überlegt wie ich ihn gut preis war aber abgetrollt oder gut preis das ist kein sehr gut gut wer auf quatscht haben du bist auch tot ok Ach Mensch, ich mach so ne schöne Vorlage. Warte, warte, Pat, hast du mit dem MG reingeflockt und mich getötet, aber du warst nicht traitend? Ne, ne, äh, Panther hat auch reingeflockt mit dem MG. Ich hab ja wie gesagt, Schiff, der hat gesehen, wie Pat ihn getötet hat und dann sagt, hab ihn. Ja, ich habe, ich, NEIN, ich hab extra die Granate weggeworfen. Könnt ihr enttauschen, hier. Bitteschön. Ne, 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 passt schon, passt, hab ich, ok, ja, na, passt schon, gibts mir, ich mag die, ich mag die Große hier nicht, hasse ich sie. Ey, ich find die Uzi hier und die AK4 fand ich geil. Ja, das ist richtig. Ja. Gut, dass ich keine Primärwaffe habe. Disco, Bogo, Ding, eh, 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 eh. Junge, Snickers, was lautet die, hä? Junge. Hallo. Warum hast du nichts gelernt? Gelernt. Irgendwie bin ich meistens mit Roach zusammen, Traitor. Guck dir den Pant an, also den Pairon an. Was soll das heißt? Ja. Und den Pant. Und wieso hat der Snickers gleich geflossen? Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben einen Hyrule, einen Pant und einen Panther. Okay, keiner von uns kann es sein, weil, wir standen alle da. Hä, ich bin auch hier bei euch. Fabi und ich war, und Panther war alles, glaub ich. Ich war, ich war mit Pant und Pyron hier zusammen. Ich war mit euch auch. Ja, aber ich war noch auch da. Weggelaufen ist kurz, war zu kurz. Ich war alleine. Ich war alleine. Ich war alleine. Ich war alleine. Erstmal unten. Wer schießt da? Snickers, natürlich. Wer sonst? Ne, Snickers. Da ist gerade einer umgeflogen. Pant. Was? Ich? Ne. Ne, ich war das nicht. Oh, sorry, sorry, sorry. Was? Kannst vergessen. Die Lama leitet sie mir. Ich bin sicher. Wer war das? Sorry, sorry, sorry. Was? Flick die Granate. Er ist weg. Achso. Okay. Okay. Danke. Ja. Der ist weg. Ne, der gibt es immer noch. Er ist weg, meine ich. Ich hab, äh, vier. Ja. Alles klar. Wo ist Fabi eigentlich hin? Ich bin hier. Ach, hier. Ja. Alles easy. Ach guck mal, hier liegt ein... Hier liegt ein Boomerang. Der Petter hat uns mit dem Boomerang von eingetötet. Nee, was war's nicht. Ich bin's auch nicht. Warum schießt du dann? Du hast auch Snickers im Gehort. Ich hab Snickers noch nicht umgebracht. Das ist doch ganz, das ist eine böse Unterstellung. Warum du den Boomerang aufgenommen hast? Ja, weil du den Boomerang aufgenommen hast. Ich hab auch auf dich geschossen, keine Sorge, keine Sorge. Ich fand das so neil, wie ihr nicht bemerkt habt, dass ich jemand mit der Schrotflinte hinter der Säule erschossen habe. Das habe ich mir auch gedacht, ey, da ist ja ganz erschossen. So liebe Leute, das war's mit der Erfahrung, wenn es euch gefallen hat, ist ein Däumchen da, wir haben wieder mal viel gekillt, viele Leute. War bitte Spaß und wir sind raus, tschüss. Ciao, ciao.